Joko, kannst du mir nur einen Gefallen tun, dass du bis zur Auflösung der Frage in holländisch weiter moderierst? Weißt du die Antwort? Also ich hatte das Gefühl, ich mache die anderen Zeit schon in der Niederlandse Sprache. Aber ne, also einer von den Flakjes sind meine. Und er hat ein Ei bei sich oder das. Saralena, ihr müsst etwas schreiben, ich weiß, ihr habt noch nichts zu schreiben. Er ist echt...